Hallo und herzlich willkommen in Schnubbys Playground. Mein Name ist Schnubbi und ich wünsche euch viel Spaß mit dem folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play Assassin's Creed Revelations. Wir befinden uns hier im Moment in einer Sterne unterhalb einer Bücherei oder so. Eben haben wir hier mit einer Kamikata-Aktion einen Templer von da oben hier runter befördert, wobei das Gerüst gebrochen ist, um diesen Schlüssel für die Tür hier zu bekommen. Und daher gehen wir doch einfach mal durch. Und sehen, was wir uns jetzt als nächstes noch alles für Fails erwarten von mir. Erkundung, fortsetzen. Was war das, was soll ich denn nur benutzen? Irgendwann. Gut, da oben geht's lang. Ach, auf die Drohne pfeife ich jetzt einfach mal. Das gibt sowieso wieder nur Stress. Und bewege mich dann direkt zum nächsten Ziel. Hier unten ist noch jemand außer uns. Haltet die Augen offen und die Fäuste bereit. Genau. Haltet ihr die Fäuste bereit? Ich nehme meine Waffe. Wie? Ich... Auf Tütüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Das Zielgebiet abscannen. Das sieht alles nach normalen Feinden aus. Aber irgendwas muss ich ja hier stoppen. Kann ja vielleicht jeden einzelnen Templer hier besiegen, oder? Also kann ich wahrscheinlich schon, aber weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Hier geht scheinbar sowieso nicht weiter. Auswech benutzt. Probieren. Ja, perfekt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich liebe diese Hakenklänge. Noch so ein slawischer Söldner? War wohl nicht. Was zum Tauch will, ist mein Name so. Weit reicht der doch schon. Tadah, geht auf. Was ist das? Was ist das? Wohlverste ankommen! Das ist ein Angriff! Der passt hier nicht her, oder? Scheiße! Vereilung! Du kannst doch nicht wieder hier zurückkommen. Ich fand das eigentlich ganz angenehm, dass sie hier unter mir standen ist. Ach, Dreck! Der war doch eben noch hier, oder spinne ich jetzt total? Meine Fresse! Dreck! 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 Oh, sick. It's the magic. Was das andere war, was so nachgeblinkt hat? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wahre Schätze, einige dieser Bücher sind seit tausend Jahren verschollen Niccolopolo versteckte diese Bücher in der Stadt Die Karte sollte uns zeigen, wo Hm, ihr interessiert mich langsam ein wenig Ein Mädchen? Soweit ich das sehe, brauche ich diese drei Bücher zuerst Sie müssten Hinweise auf die restlichen enthalten Molto curioso Man fand einen unter dem Topkapi-Palast Aber wir haben noch Zeit, die anderen zu kriegen Wer fand ihn? Männer, die nicht lesen Sophia Könnt ihr diese Karte lesen? Mir helfen, die Bücher zu finden Übergebt ihr sie mir, wenn ihr fertig seid? Wir werden eine Lösung finden Der gute alte Schammer, Ezio Gut Durch das Finden des Schüsseles Habe ich dann auch diesen Teil des Let's Plays Erstmal beendet Also mache ich hier wieder einen Cut Und was uns noch so erwartet Werdet ihr dann sehen Wenn ihr wieder einschaltet Bei Let's Play Assassin's Creed Revelations Bis dann und ciao, ciao